Du und ich, wir beide haben etwas gemeinsam. Nur wenige Leute wissen, dass wir an einer dysfunktionalen kognitiven Verzerrung leiden, die im präfrontalen Kortex angesiedelt ist. Es gibt noch so viele Dinge, die du machen musst, dass es einfach eine ist, was du aufgeschoben hast. Hast du die ganze Zeit machen solltest, oder hast du es noch nicht gemacht? Hast du aufgeschoben? Du hast keine Zeit. Du hast so wenig Zeit. Du hast noch so viel zu erledigen, keine Zeit. Dinkt aufgeschoben. aber ich komme damit klar